Ja, der Arbeitstag geht zu Ende und wer wieder wach wird, weil es ein bisschen kühler wird, sind Harom, die zwei Schwestern, Mabuo und Käthe und die kleine Anni. Und jetzt geht das Gespiele los. Abend gegessen haben sie schon und jetzt kann man noch mal toben. Auch die Anni wird immer lockerer und sie ist immer bei der Gruppe dabei. Harom spielt manchmal auch mit, manchmal weniger, aber er hat auf jeden Fall keine Angst mehr vor den Kleinen. Das war jetzt einen Schritt zu nah, habt ihr gesehen. Naja, so geht das jetzt noch eine Weile bevor Nachtruhe ist. Mabuo und Anni, Käthe ein bisschen auf Ermittlung und Harom mittendrin. Tschüss. Mabuo und Anni, Käthe Schochstusik! Mabuo und Anni?